Gewinnerin Nummer 1, es gibt noch einen Gewinner Nummer 2 und zwar das zweite Video heißt Ich hab ne Bombe, Folge Nummer 115, 115 hat Samis LP gewonnen, Gratulation an dich, du bist der glückliche zweite Gewinner. Folge 115, ich hab ne Bombe, ab Minute 12.40 dann bis Minute 14.33, diese Folge war für mich einfach der Oberhammer, vor allem als du dann so runtergeflogen bist und dann die Rache. Einfach genial, Minecraft 100% gekauft, spiel mit mir, du kannst gegebenenfalls auch bei meinem Kanal vorbeischauen und dich überzeugen mit vielen Grüßen, Samis LP oder Samis oder Samis. Bitte schreibt mir beide persönlich mit eurem Account, einmal mit Samis LP und einmal Katrin Schmidt eine E-Mail an Gamlaplay, damit ich genau weiß, dass ihr da seid und bitte euch keine Facts gleich anschreiben und sowas, weil das hatten wir jetzt schon tausendmal, keine Facts, weil man sieht es ja einfach, man kann sich keinen zweiten Account öffnen mit dem gleichen Namen, in diesem Sinne, schreibt es bitte rein, beziehungsweise schreibt mir in der persönliche E-Mail, dann checken wir alles ab, Skype und so, alles drum und dran, das machen wir dann hinter den Kulissen und eine andere Sage an euch anderen da draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei dem ganzen Gewinnspiel. Ich hab mir gedacht, wenn das jetzt gut geklappt hat mit den zwei Leuten, mit denen ich jetzt zocken werde, werde ich dann die anderen vier auch noch mit ins Boot nehmen. Ich dachte, ich mach da so ein bisschen Geheimnis draus, aber warum soll ich mir jetzt so eine lange Geschichte draus machen? Ihr vier werdet dann auch mitspielen, wenn es gut geklappt hat. Ich denke mal schon, dass das alles wunderschön und reibungslos klappen wird. Hauptsache, keiner macht mir die Welt kaputt bei Minecraft. In diesem Sinne ein riesen, riesen Dankeschön an die ganzen anderen, die mitgemacht haben. Ich werde mir dann in der Zukunft auch was anderes und was Neues ausdenken, wie man irgendwie zusammenzocken kann oder skypen kann oder weiß der Geier was, ich bin am Denken oder Machen und am Tun. Ich strecke mich an und nochmal ein riesen Dankeschön und Adios, Amigos, euer Glammler Play. Ciao, ciao.